Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Wenn Sie zu hause den perfekten Relax-Sessel suchen, haben wir heute das Produkt für Sie, das ist der Louis und den stelle ich Ihnen heute vor mit einer zweiten Claudia. So Claudia, wir haben ihn Louis hier vor uns. Was kostet er? Louis gibt es für 299 Euro. Vielleicht nimmst du einfach mal Platz, dann lernst du seine Vorzüge am besten kennen. Auf jeden Fall. Louis hat eine Sitzhöhe von 51 Zentimeter und ist für Personen bis 125 Kilo ausgelegt. Und das Schöne ist, der ist komplett elektrisch verstellbar. Rechts an der Seite findest du die Fernbedienung. Okay, hab sie gefunden. Genau, dann fahr einfach mal zurück. Ja, warte. Und du wirst merken, es geht nicht nur die Rückenlehne zurück, sondern auch die Fußlehne kommt hoch, so dass man perfekt relaxen kann. Superbequem und was richtig toll ist, das Kopfteil hier oben ist so flauschig und so weich, es ist fast wie ein Kissen. Absolut, es ist alles absolut weich gepolstert. Die Arme lehnen sind auf einer perfekten Höhe, dass es ganz bequem ist. Also es ist der ideale Sessel fürs Fernsehen, für Romanlesen oder vielleicht auch mal ein Nickerchen machen. Und ganz besonders toll ist der offenporige Mikrofaserbezug in Lederoptik. Einmal in diesen schönen dunkelbraunen Ton mit den abgesetzten Nähten und zum anderen gerade im Sommer, wenn es mal wärmer ist, durch diese offenporigen Stoffe bleibt man nicht kleben, auch wenn man vielleicht ein bisschen schwitzt. Super. Und der hat auch noch eine Aufstehhilfe. Das heißt, wenn Sie Probleme haben, von Sesseln, von Stöhnen, von Couches hochzukommen, zeige ich Ihnen jetzt hier was ganz Tolles. Ich drücke einfach nur auf den Knopf und dann geht der Sessel in eine Kippstellung, ist zu einem bestimmten Grad und das heißt, Sie brauchen einfach nur mit so einem ganz kleinen Drücker und Schwung hoch zu gehen und schon stehen Sie und müssen sich da nicht arg bemühen, wenn Sie damit vielleicht Probleme haben. Ich setze mich wieder rein, weil er so super bequem ist. Außerdem die Rückenlehne ist auch noch wichtig zu erwähnen, die ist auch bezogen. Das heißt, man kann Louis wunderbar frei in den Raum stellen. Prima. Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben hier wirklich einen sehr hochwertigen Relax-Sessel, elektrisch hier mit der Fernbedienung kann man ihn bedienen. Er lässt sich komplett zurückfahren, aber er bietet auch eine Aufstehhilfe und dann gibt es hier noch eine Tasche, da passt nämlich die Fernbedienung wieder rein. Genau und wenn man möchte, kann man dort auch die Fernsehzeitung oder das Buch verstauen. Absolut. Hochwertige Mikrofaser in Lederoptik, du hast es gerade gesagt, es passt sich auch sehr weich und gemütlich an und ja, rundum ein toller Sessel für 299 Euro und den können Sie natürlich wie immer bei Höfner entweder über die Hotline bestellen oder Sie gehen ins Internet unter höfner.de. Dort geben Sie Louis oben ins Suchfeld ein, dann kommen Sie zum Sessel. Oder Sie gehen direkt in ihr Höfner um die Ecke und erleben Louis selbst, testen ihn aus und lernen seine Vorzüge kennen. Das war ein gutes Schlusswort und in dem Sinne verabschieden wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie reingeschaltet haben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, denn Montag ist Montag. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schön.